BAM 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 Das Lied hat was. Wollen wir euch noch herzlich willkommen hier zu Super Animal Royale. Schön, dass du da bist. Wir machen jetzt mal eine ganz normale Solo-Runde. Und gucken mal, was da passiert. Alle gegen alle, let's go. Soll ich da nochmal rein in die Pyramide, wo wir letzte Woche drin waren und herausfinden, ob ich da auch selber eigenständig reinkomme? Aber jetzt haben wir alle gegen alle, ne? Das heißt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich hier überhaupt die anderen Leute alle antreffen möchte. Sind ja jetzt alle böse gesinnt. Will ich die überhaupt alle finden? Erstmal, wo ist die Zone? Existiert noch nicht. Sehr gut. Da ist ne Kiste, die gönne ich mir. Und dann haben wir erstmal ne fette Sniper. Und ne Emo. Und da kommen wir ja. Bin ein bisschen lost. Da haben wir noch ne Kiste. Können wir die austauschen? Sehr gut. Da drin ist aber schon Action, oder? Ich geh mal hier vorne direkt mit runter. Ich frage mich, ob da oben jetzt eigentlich auch die Spezialwaffen gibt, aber gibt das nicht. Das ist ne Kuh. Was hier auf jeden Fall gibt es, ist auf jeden Fall ne Level 2. Ne Knarre. Oh, Level 3 sogar. Okay. Von den Waffen her bin ich noch nicht so überzeugt. Immer noch nicht. Da ist ne Kiste. Wo ist der Schnorchel eigentlich? Achso, wegen Stinktiergedöns. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen was. Ich glaube, das hier ist ja eigentlich Stadtgebiet. Oder Lobbygebiet, sagen wir mal so. Muss ich weit? Nö, eigentlich nicht. Fand gut, dass wir ne Level 3er gedönnt haben. Wie macht man eigentlich das Lagerfeuer an? Das weiß ich auch nicht. Mit E ist es auf jeden Fall nicht. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die Zone kommt. Also eigentlich. Mollwurf. So, viel zu weit weg. Heilen auf jeden Fall. Ganz wichtig. Munition, auch wichtig. Oh. So, wo ist jetzt hier Action denn mal so langsam? Da ist noch eine Kiste. Vielleicht ist auch Legendary drin. Ich höre jemanden. Finden wir nicht, ne? Na gut. Gehen wir weiter. Uh. Wir haben einen ordentlichen Weg vor uns. Ja, 30 Spieler nur noch. Schön. Ich habe noch nicht einen gesehen. Einen gehört und noch niemanden gesehen. Hier wurde gut rumgefightet. Ich nehme lieber die. Ha. Batsch. Bleibt auch nach, Junge. Junge, was war das denn? Alter. Wieso habe ich jetzt nur noch eine Level 3? Äh, Level 1. Mal eine Level 3, ja. Wollt ihr einfach nicht schießen? So. Erstmal den nachladen. Und den nachladen. Uh. Jawoll. Erledigt. Erstmal den nachladen. Warte. Oh. Geil. Haha. Kommt da an. Voll erledigt. Erstmal wieder reparieren. Waffen nachladen. Ha. Erledigt. Hahaha. Jawoll. Erledigt. Er läuft da draußen rum. Oh, yeah. Ja. 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 Schön. Malenscheine. Something. Kate. Abholen. Aber nicht Anruf setzen. Nur abholen. Waffen. Schallgedämpft. Gedöns. Anlegen. Natürlich. Super Sprung rollen. Huuuuh. Anlegen. Damit wir schön verrückt aussehen. So. Was ist jetzt eigentlich hier mit neue Tiere? Wann kriegen wir die denn eigentlich mal? Hier den Superhund. Könnte man erschaffen, ne? Erschaffen. Arschlauchhund. Geh weg. So, was noch? Den Super Singvogel. Piep, 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 piep. Und was ist mit so den anderen Sachen? Ich will einen Hasen haben. Aber das dauert noch. Anscheinend. Level 10. Wir brauchen Level 20. Bei Level 20 ist es wahrscheinlich nicht jetzt hier dabei. Wir sind gerade mal Level 12. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit diesen blöden Fuchs spielen. Ah, Hund hat auch schon was, ne? Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Da 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 da. Da da da. Da da. Ah, hier gibt's noch Kacke. Und eine Banane und so. Ich benutze ja irgendwie nie. Nie. Handgranaten oder irgendwie sowas, ne? Nie. Sehr gut. Mal ein bisschen Heal. Ich hab Angst. Letzte Runde noch. Bester Wolf EU. Was hab ich jetzt? Da ist schon einer tot. Da. Easy. Ich hab's mal hinterm Baum verstecken. Aber einfach weggerotzt. Ich hab Kandy erledigt. Ich hab's mal hier. Ich hab's mal hier. Wo ist mein Emo hin? Emo! Da ist ne Kiste. Ich hab's mal hier neue Dingsen. Uh. Neue Knarre. Sehr gut. Und was haben wir hier schon jetzt? Na gut. Verbesserung. Haben wir... Haben wir einen weiten Weg? Nö, das geht. Und da mal wieder jemanden plattfahren. Ohoho. Boom. Boom. Okay, hier lässt sich das echt schwer durchsteuern. Komm ich da durch? Ach, Freiheit. Ne Weile noch nicht. Jetzt. Freiheit. So, hier ist jemand gestorben. Ihr auch. Die nehm ich mal mit. Ich geh schon mal in die sichere Zone. Die sind überall Leute gestorben. Wieso versuchen die das denn immer? Ha! 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 was das zeug hält dann reparieren er vor erde in tut hand als grab auch geil ja sein gesnackt kam er aber ein rotes blutenschild dafür gekriegt eine runde machen wir noch ich spring jetzt auch hier einfach mit direkt runter gehe ich hier runter direkt mir die rüstung und der bogen habe ihn gemacht sehr gut stolz an mich selbst einfach gemacht können wir jetzt die kiste also ich kann mir erstmal heilung und ich kann mir hier die und eine nachladung gönne ich mir so level 3 errüstung sehr schön das schmeckt noch mal heilung ok ich machs los ich muss los die zone kommt alle ich habe einen ganz schön weiten weg vor mir der ding ist ziemlich weit weg oh Hohohohohohohohoho. Hohohohohohohoho. Haben wir keine... Ich hab keinen, äh, keinen, keinen. Fastgekrieg. verdamm ich schade egal aber ich war immerhin erster in diesen in diesen play also jetzt nicht in dieser runde aber ich war erster gewesen und das kommt in titel also wir sehen uns nächste woche aus rein bis dann tschüss